Hallo liebe Leute, hier ist Ramdi, heute wieder mit einem Vorschlag für die Verbesserung der Öffis in der Donaustadt und das ist heute der letzte Vorschlag für die Busse in der Donaustadt und wir sind hier beim 95B. Der ist derzeit ja nur ein Schulbus zwischen Hausfeldstraße und Hirschstettenort als Zusatz für den 95A und den 22A, je nach Bereich und Fahrtrichtung. Den würde ich ein bisschen aufwerten, zu einem ganztagsfahrenden Bus machen, sowie auch die paar anderen Linien, die derzeit nicht ganztags fahren und ich dann hier einfach immer bis zur letzten U-Bahn durchgezogen habe. Also und ich würde ihn auch ein bisschen verlängern wollen. Also dann schauen wir uns mal die Route an eigentlich. Also hier Hausfeldstraße, Heidjöchl würde ich gleich lassen. Dann aber bei der Zanggasse würde ich auch diese Linie über die Schädgasse führen, also eigentlich über die Beresgasse, aber zur Haltestelle Schädgasse. Denn dieser Bus soll ja eigentlich auch als Schulbus dienen und hier ist jetzt der neue Bildungscampus. Also macht es nur Sinn, dass man diesen Bus dann hier ab der Zanggasse über den Bildungscampus führt. Dann hier Pirkegasse, Prinzgasse, eben unbenannter Haltestelle Friedrich-Löwe-Weg, Gladiolenweg, gleich wie auch der 95a, eben hier dann bis nach Hirschstetten-Nord. Dann auch noch gleich, wie er derzeit fährt, bis Hirschstetten-S-Bahn, aber dann keine seltsame Wendefahrt über den Kontiweg so mehr, sondern dann soll er hier das Gebiet bei der Amon-Gasse erschließen mit einer Haltestelle Brunellengasse. Dann über die Haltestelle derzeit Amon-Gasse, dann sollte die Kontiweg-Schulen heißen, also Kontiweg-Schule heißen fahren, dass er die auch in diese Richtung anbindet. Und dann über die Zocke-Gasse, hier die Bodmergasse, die Haltestelle Zocke-Gasse vom 26a bzw. fast eine Tramwei wird dann von der Straßenbahn. Dann hier Tamaristenzeile Reklamgasse zum Donausspital und von da dann, weil man beim Donausspital leider sehr schlecht einen Bus wenden kann, zur Haltestelle umzuwenden. Das hier wäre dann das, was man auch quasi als Zocke-Bus bezeichnen könnte. Diese Idee gab es immer mal wieder, dass man eben entlang der Zocke-Gasse eine Verbindung schaffen könnte. Wurde bisher nie etwas, hier ist meine Variante davon, dass man eben den 95B hier ein bisschen sinnvoll umgelegt und hier verlängert, dafür verwendet. Dann kriegt der auch endlich eine halbwegs sinnvolle Stadtbuslänge zusammen und kann eben dieses Gebiet hier besser bedienen, als es derzeit bedient ist. Weil halt, wenn man hier derzeit in der Mitte sich befindet, darf man gleich einmal einen Bushaltestellenabstand gehen, bis man erstmal bei einer Hauptstraße ist und dann muss es dort auch noch eine Bushaltestelle oder eine Straßenbahn-Haltestelle geben. Also hier das hier ein bisschen besser mit einem Bus abzudecken, macht sicherlich durchaus Sinn und auch diese Gebiete hier sicherlich brauchbar und eben dann das hier wäre dann zwar eben auch ein Siedlungsbus, deshalb soll er den ganzen Tag fahren, aber eben als Schulbus wäre dann diese Verbindung, vor allem hier vom 26a kommend Richtung Kontiweg wollend eine perfekte Anbindung mit nur drei Stationen statt, dass man wie derzeit dann hier nach, also zur Aspernstraße und dann mit dem 22a zurückfahren muss oder hierher und mit dem 95a und dann mit dem 95b oder irgend sowas lustiges, das fällt dann weg, sondern man hat hier dann diese halt schnell Verbindung zwischen auch der U2 und den ganzen neuen Bildungskampi oder Campus oder wie die dann heißen und Schulen und so weiter. Soweit dieser Vorschlag, dann halt noch kurz den Fahrplan, der ist eigentlich recht simpel, wie bei den meisten Bussen in diesem Bereich 15er Takt und zu Schulzeiten zwischen, also der dann circa zwischen 6.40 Uhr und 8 Uhr einen 10er Takt habend. Ja und halt eben an freien Tagen nur einen durchgehenden 15er und Detto am Wochenende. Ja und halt eben Betrieb so, dass man von der letzten U-Bahn an den jeweiligen Endstellen zu jedem anderen Punkt noch mit dem Bus hinkommt. Danke fürs Zusehen, das waren dann soweit in dieser Serie meine Vorschläge für das Busnetz in der Donaustadt. Die nächsten kommenden Vorschlagsvideos nach diesem hier werden sich weiterhin mit Transdanubien beschäftigen, aber dann mit den Vorschlagen für Straßenbahnen, Lokalbahnen und ähnliches in diesem Bereich. Danke fürs Zusehen und bis bald!